Das Meierhaus. Das Meierhaus? Du darfst aber da nicht hingehen. Doch, ich darf. In dem Haus, da spuckt es. Pass mal auf. Und Elim hat gesagt, man darf da nicht hingehen. In diesem Haus spuckt es, hat er gesagt. Da drinnen soll mal was Schreckliches passiert sein. Lani wird auch was Schreckliches passieren. Er wird nämlich sitzen bleiben. Ich muss laufen. Wir sehen uns heute Abend. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich wünsche, ich hab dich für mich ganz allein. Es geht für dich, für dich auch.